Moin! So, ich habe Augenringe unter den Augenringen, die haben Augenringe und hi Facebook, hi YouTube, hi TikTok, ganz besonders TikTok. So, ich habe komisch geschlafen. Ich habe komisch geschlafen, weil gestern kam der Story-Trailer zu Star Wars Oddloss raus und es war ein Rending-Trailer. Ich bin ja anerkannt, der größte Star-Wars-Fan der Welt. Und ja, ich habe so meine Bedenken. Das letzte Mal, dass ich so ein Video gemacht habe, war tatsächlich zu Battlefield, den letzten Battlefield-Teil. Okay, kam mir auch relativ gut an, aber ich habe ja auch gesagt, das wird wohl nichts. Und ja, so langsam kriege ich ein bisschen Zweifel oder ich habe Zweifel mit Star Wars Oddloss. Das hat zum Teil die Wokeness zu tun, das hat zum Teil das Spiel kommt zu früh zu tun. Dann die Sachen im Hintergrund, die ich ja mitkriege, weil ich die ganze Zeit über die Spiele berichte. So, ne, also auf playstationinfo.de. Da habe ich natürlich auch gestern relativ schnell und zeitnah die News rausgehauen mit den ganzen Informationen. Und dazu kommt auch noch, dass Star Wars Outloss ganz schön teuer ist. Es kommen drei Versionen raus. So eine Premium-Variante, Gold Edition und so weiter und so fort, kennen wir ja alle schon von Ubisoft. Aber die sind ganz schön teuer. Und was mich sehr gewundert hat, es gibt keine physische Collectors Edition. Und dann ist mir klar geworden, ja, das wird schon seine Gründe haben, weil das gab es nie so wirklich. Das gab es auch bei EA, Jedi Fallen Order nicht, weil ich denke mal, da müssen die halt richtig an Disney abdrücken. Und da kommen wir auch gleich dann zum großen Problem mit Disney. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Trailer an, weil ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Und ja, wir gucken jetzt mal zusammen an und dann machen wir nochmal ein Feedback dazu. So, wir sehen eine schöne City. Und dann sehen wir hier einen Typen, der wahrscheinlich einen Wookie-Fell hat. Und dann sehen wir hier die ganzen Organisationen. Von den Witten und Crimson Pike und so weiter und so fort, kennen wir ja schon alles. Wenn man halt sich Star Wars-Serien oder Star Wars-Bücher oder so weiter und so fort geguckt hat. Aber da ist auch eine neue Kriminal, eine neue Gang dabei. Dann sehen wir natürlich, dass das liebe Imperium, langliebe das Imperium, das sind ja auch die Guten. Das darf man niemals vergessen. Die Rebellen sind die Schlechten. Und dann geht es los. Und dann geht es los. Mit der ersten Problematik. Und ich habe neulich den Star Wars-Acurite-Trailer gesehen. Also, wir sehen hier unsere Protagonistin, dessen Namen ich jetzt auch nicht aussprechen kann. Beziehungsweise auch schon wieder vergessen habe. Jane, Jade oder so, keine Ahnung. Gar keinen Bock drauf. Und ein Solistianer. Und, ähm, ja. Mein erster Gedanke, als ich die gesehen habe, dachte, oh, Han Solo in weiblicher, abgespeckter Form. Oder wie soll das jetzt sein? Ähm, ganz schwieriges Thema. Ich persönlich hätte es so gemacht, man sollte sich den Charakter aussuchen. Hat ja auch bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel gut geklappt. So. Oder allgemein. Wieso nicht hier? Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Man weiß auch im Hintergrund, ähm, komme ich aber gleich zu, noch ein paar Sachen. Ein paar Informationen habe ich noch für euch. So, sie ist ein ganz taffer Mensch. Ähm. Und wird angeheuert, um so ein paar Sachen zu machen. Beziehungsweise sie hat sich wohl mit dem Falschen angelegt. Und, äh, ja. Sie ist ein ganz taffer Krimineller. Und die neue kriminelle Organisation versucht einen auf Prinz G so zu machen. Und alles unter dem, alles zu vereinen. Und, ähm, quasi. Ähm. Ja. Natürlich darf auch ein bisschen Fanservice nicht... Was bei Star Wars eigentlich immer so lustig ist, Fanservice zu sagen. Da sehen wir auch einfach mal kurz Han Solo in Karbonit eingefroren. Ähm. Und dann wissen wir auf jeden Fall, wann das Ganze jetzt auch endgültig spielt. Also zwischen, ähm, 5 und 6. Und was auch eine ziemlich krasse Zeit war, weil da war die Allianz, die Rebellenallianz, also die Terroristen, waren da schon sehr, sehr stark und sehr, sehr ankommen. Das Imperium hatte da schon ein bisschen was mit zu tun. Und ja, ähm, ein bisschen Fanservice sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Und so, ja. Aber, wir sehen auch mal wieder unsere Protagonistin. Dann sehen wir halt verschiedene Planeten, worauf ich sehr gespannt bin, wie sie das gemacht haben. Und weil mit den Planeten gibt es zwei Möglichkeiten. Also, sie werden wahrscheinlich nicht so gigantisch mega groß sein, aber schon sehr groß, wie man gesagt hat. Sie sollen ja so vergleichbar sein mit den Inseln von Assassin's Creed Odyssey. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Studio, was uns Division geschenkt hat, sitzt dahinter. Und die haben eigentlich immer ganz gut abgeliefert. Ja, bei Teil 1 auf jeden Fall. Ähm. Ich hoffe, dass wenn diese ganzen Spielwelten dann da sind, dass die nicht leer sind, dass die dann so lieblos sind. Wie zum Beispiel bei Jedi Fallen Order und den Jedi Survival. Weil das sah alles cool aus, aber da war halt nichts los. Das war halt leer. Das war halt einfach eine leere Pampa. Und dann kann man es auch gleich ganz lassen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, da haben wir gerade den Mund Kalamari gesehen. Ein paar Triele. Ganz viele Alienrassen auf jeden Fall. Alles sehr düster und so. Und ich stelle mir halt vor, wie es gewesen wäre, wenn man da so einen richtig abgebrackten Typen gespielt hätte, der sich wieder hochgearbeitet hat. Aller Freelancer, Freespace, Wing Commander, Zeitalter mäßig. Das wäre schon geil gewesen auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen Nerd Talk. Das sind ein bisschen alte Spiele. Aber so ein... Dass man wenigstens mal die Möglichkeit gehabt hätte, sich den Charakter auszusuchen. So, ein bisschen mehr Fanservice bei Jabba. Ein paar gamoyanische Guards, die irgendwie alle sehr schlank sind. Also die haben dann wohl später zugenommen. Dann sehen wir natürlich wieder das Gute, das Imperium. Wir sehen verschiedene TIE Fighter, Lando Shuttle, Lamba Shuttle, Entschuldigung, auch Transport Shuttle. Und ja, wir sehen die Welt. Wir sehen Action. Action. Wir sehen, dass sie springen, klettert. Wir sehen alte Druiden. Wir sehen wahrscheinlich Anspielungen auf ihre Crew. Sie hat ja auch ein Haustier, was sehr wichtig ist. Also auch für Schleichmissionen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. So, und dann sehen wir jetzt hier nochmal den Bösewicht, der nochmal ein paar Ansagen macht mit seinem Wookie-Feld. Seine Gang, Kopfgeldjäger. So, und jetzt wird auch angedeutet, dass sie ein ganz, ganz großes Schicksal hat und ganz, ganz wichtig ist. Also ist ein Jedi. Toll. Ist ein Jedi. Kann nicht anders sein. Nur mal ein paar Tiere. Nur mal verschiedene Welten. Und wir sehen einen TIE Abfangjäger. Ja, und ja, viel Geballere. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Action. Also ich bin jetzt mal, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ganz, I have a bad feeling about this. Aber komme ich gleich zu. Die Salah Grube, aber der ist ja schon tot. Death Trooper, beste. Ich liebe die Death Trooper. Und Kate Rachen, der auch nochmal ein bisschen Action gemacht hat. So, das war's. Das war's. Dazu muss man sagen, wie gesagt, es kommen ja auch drei verschiedene Editionen raus. Da gehe ich mal kurz auf die News, auf Playstation-Info.de, um das nochmal zu rezitieren. Ich habe hier alles reingeschrieben. Da haben wir die Standard Edition. Da ist das Basisspiel drin. Da haben wir die Gold Edition. Da ist das Basisspiel der Season Pass drin. Und man kann drei Tage früher spielen. Und kosmetische Items sind da drin, wie zum Beispiel irgendwie, was auch immer. So, also ich werde das unten alles nochmal verlinken. Ultimate Edition, da ist Season Pass mit allen DLCs drin. Charakterpack, also auch wieder kosmetische Geschichten, kosmetische Geschichten, kosmetische Geschichten. Digitales Artbook. Ey, mal ganz ehrlich. Kennt ihr jemanden, der ein Artbook digital hat und sich das mal ausgedrückt hat? Wenn ja, schreibt es rein, den schenke ich ein Spiel. Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. Dann steht hier noch drin, so bei Amazon kriegt man dies. Das sehen wir also immer diesen Vorzu, dass man schneller spielen kann und so weiter und so fort. Also, es gibt keine physische Collectors Edition, was halt für Ubisoft Welt ist, sehr seltsam ist. Woran liegt es? Ganz einfach, es liegt wahrscheinlich an Disney. So, es gab mal ein Leak bezüglich des Deals mit EA und sowas. Die müssen voll viel abdrücken an Disney oder damals noch Lucasfilm oder wie auch immer. Ähm, und die müssen alles absegnen lassen und so weiter und so fort, weil die wollen das nicht so, ne? Aber das hat einfach was mit den Prozenten zu tun. Und da kommen wir auch zum Kasus-Knaxus. Wieso habe ich am Anfang des Videos gesagt, ich habe das Gefühl, das Spiel kommt zu früh? Naja, es ist noch nicht lange in der Entwicklung. Also, ich glaube, wir haben das erste Mal darüber berichtet vor drei Jahren. Falls ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren wurde ja die Star Wars-Dizenz breit gestreut. Und da haben wir uns alle drüber gefreut, weil EA hat einfach damit nichts gemacht. So, ist einfach Punkt. Und wir haben alle gedacht, okay, geil, das wird jetzt richtig cool. Und jetzt können ganz viele Publisher Star Wars-Spiele machen. So, dann gab es ja, ne, vom Real-Real-Games und so weiter und so fort und so fort. Und Ubisoft hat erstens gesagt, sie machen hier unter beide Fische, sie machen ein Division Assassin's Creed Star Wars. Geil. Geil. Absolut. Könnte gut werden. Dann gab es jetzt vor ein paar Monaten die Gerüchte, dass Disney zurückrudert. Ja, die wollen das nicht mehr. Die wollen jetzt wieder alle Lizenzen haben, mehr oder weniger. Und wollen, weil sie jetzt wieder ihr eigenes Ding aufbauen. Deswegen haben sie neulich sich auch bei den Fortnite-Machern eingekauft. Die wollen jetzt wieder alles unter einer Schirmherrschaft machen. Das bedeutet, sie haben die Prozente hoch gemacht und so weiter und so fort. Und die Publisher, die armen Publisher, dem geht es ja auch allen gut, müssen halt mehr Prozente abdrücken. Und dann sagen die sich, nö, haben wir gar keinen Bock drauf. So, haben wir gar keinen Bock drauf. So, das ist ja jetzt irgendwie, dass bei Disney gefühlt irgendwie 50 Prozent bekommt. Wir haben die ganze Arbeit und so weiter und so fort. Da gibt es auch in den News von uns auf Playstation Info, da sind doch die Prozentzahlen richtig drin. Und das ist krass. So, was machen dann die Publisher? Sie canceln die Spiele oder sie hauen sich früher raus. Mutmaßend. Das ist meine Meinung. Kann sein. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber da gibt es halt ein paar Indikatoren dafür. Und das finde ich schwierig bei so einem Spiel wie Star Wars Outlaws. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Weil ich glaube, das Spiel ist nicht fertig. Ich glaube einfach, es ist nicht fertig. Und dann auch noch ein Season Pass für ein paar Missionen. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich jetzt nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Aber wenn man diese ganzen Informationen im Hinterkopf hat, dann macht das schon was mit einem. Und dann hat das alles so ein Geschmäckle. Denn ich denke mal, ihr könnt das ein bisschen so verstehen. Dazu kommt dann auch noch die Vogue-Mess-Geschichte. Und da möchte ich absolut, absolut falsch verstanden werden. Nein, ist mir komplett egal. Das Ding ist, gar kein Thema. Gar kein Thema. Aber ich habe das schon vor zehn Jahren mit Mafia 3 und so erlebt mit dem schwarzen Thema. Da waren auf einmal alle Charaktere schwarz. Hat sich total unnatürlich angefühlt. Dann war es dies, dann war es das, dann war es jedes. Ich finde, man sollte das smooth machen. Smooth machen und einfach machen und nicht machen, weil es jetzt gerade ein Trend ist oder gefühlt sein muss. So, das ist falsch. Und deswegen, bei Star Wars hat es einmal richtig geklappt mit Ahsoka. Bombe. Einfach richtig schön gelaufen. Erst wurde sie nicht gemocht, dann wurde sie gemocht. Der Charakter, es fällt, es steht und fällt mit den Charakteren. So. Klar. Definitiv. Aber jetzt diese ganze, diese ganze, alle neuen Heldinnen, also alle Helden müssen Frauen sein. Das finde ich schwierig und das fand ich auch beim Aqualite Trailer ein bisschen schwierig und kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil da muss man halt wissen, bei Disney ist da auch eine Politik hinter. So. Das machen die nicht, weil das jetzt irgendwie so, ja, wir haben unser Mindset geändert oder irgendwie sowas. Kann sein, dass es auch so ist, das will ich nicht in Frage stellen. Aber es ist auch diese Kathleen Kennedy, die da auch so ein bisschen, sagen wir mal, rein piept. So, ne, sie in Jana Jones, so weiter und so fort, die das auf Zampf macht. Die macht das auf Krampf und dadurch geht die Qualität flöten. Ist meine persönliche Meinung, müsst ihr nicht teilen, ist eure Sache. Und das ganze Thema ist auch gigantisch groß und umfangreich, ich will ja jetzt auch gar nichts wie hier reinreden. Aber wenn man diese ganze Information hat, dann mache ich mir natürlich auch schon Gedanken und denke, Star Wars Outlaws, alter, nicht, dass Ubisoft das jetzt wirklich auch schnell rausbringt, weil sie keinen Bock mehr haben. Oder das Spiel ist auch einfach super und fertig. Oder es ist ein Division 2, es ist unfertig, wir wissen es nicht, aber ich bin sehr skeptisch. Wir haben, es kommt dann 8, also am 30. August kommt es auch schon raus. Drei Tage vorher, 27. Könnt ihr es schon spielen? Das ist nicht mehr lang, meine Schätze, Lines. Das sind nur noch dreieinhalb Monate. So, das ist nicht schon mehr lange, da kriege ich noch mehr Augenringe. Tja, bin ich mal gespannt. So, da haben wir uns das mal angeguckt. Weitere Informationen findet ihr auf playstationinfo.de. Ich bleibe skeptisch, ich hoffe, das wird noch. Und ich halte euch auf jeden Fall offen auf und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Peace.